Bloß, weil du keinen Dreier mit mir haben willst. Nein, er möchte einen Dreier mit Leidenping... Ja, Kammer. Mit welcher Hälfte von Leidenpinguin? Seiner Schoko-Seite, fuck! Vor uns liegt ein Weg in eine ungewisse Zeit. Durch Schatten und Licht und wer weiß wie weit. Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Heute ist die N2, das heißt, er braucht ein bisschen Training vom Freeline. Mal schauen, wie er sich heute schlägt. Hallo, ihr beiden. Hallo, nack, nack und hallo. Hallo. Hello again. Und wo wir gerade dabei sind. Ja, ich werde getrollt. Und ja, wir sprechen über einen Dreier mit vier Hügeln oder zwei Schwertern. Ja, Freunde, würdet ihr einen Dreier mit zwei Schwertern oder mit vier Hügeln bevorzugen? Wer das versteht, ist gut. Wenn ihr richtig mitgedacht habt, das heißt, ja, wir fahren diese Aufnahme zum zweiten Mal. Ja. Weil wie letzte Woche in meinem Stream, Freunde? Meine Rechtheit, ich dachte, ja, starte einfach mal neu. Und mein lieber Freeline, es heißt Perfekt. Ach ja. Da fehlt ein Tee am Ende. Also Andrus bekommt sein Deutsch-Training und... Nein. Und jetzt gerade. Ich komme immer zu früh. Haha. Ja, man hat Probleme, Freunde, oder? Gibt da Tabletten. Und wir müssen natürlich jetzt Taris kommen, Freunde, deswegen werden wir ein bisschen Gas geben, weil die ist noch ein bisschen länger, so wie es aussah. Ja, es kommt auf jeden Fall interessante Schissel auf und zu, Landis, der Schattelmann. Ich habe gerade fast den Aris gemacht, was ich nicht sehe von der ersten Aufnahme, Aris am Punkt vorbeigefahren. Vielleicht bin ich ja lieb und ich heilte es euch jetzt rein. Nein, 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 hier warte ich wieder runter. Andrus, wollen wir wetten, ob er einsteht und drängt, das reinzuschneiden? Ich hoffe, er steckt dran, weil die Leute würden sich freuen. Ja. Ganz besonders so. Hast du gesehen, wie ich da gerade nach unten ausgewichen bin, damit du da Probleme nicht durchkommst? Ehrenhaft. Ehrenhaft, mein Freund. Das rettet dich auch nicht. Wovor? Bloß, weil du keinen Dreier mit mir haben willst. Nein, er möchte einen Dreier mit Leinping... Na, Kammer. Mit welcher Hälfte von Leinpinguin? Deiner Schokoseite, fuck! Okay. Mann! Und wen nimmst du noch dazu? Weiß nur nicht. Ich wollte sagen, Sarah willst du dich so nicht antun, oder? Nein, die arme Frau... Ich fahr unten eine Spirale aus. Fisch und Dachlöwe. Bäh. Wow. Du auch, aber... Wisst ihr, was ich mich frage? Ob Leinpinguin, wenn er geil ist, wirklich nach Nassamushi riecht? Okay, gut. Ihr müsst schon miau, miau, Kätzchen halten. Ja, ja. Ich dachte, ich sag das gleich dazu. Ja... Ja, wir unterstellen ihm zwar vieles, aber dass er weiblich ist, das... Nee. Nee. Machen wir nur bei Bambi. Und selbst da wissen wir es streng genommen besser. Wobei, Aros schützt ja übrigens unser Bambi. Geht unter Artenschutz, ja. Nee. Nur wegen seinem komischen Profilbild. Ey, das ist cute. Ja, und? Es gibt keinen Artenschutz für ihr. Es gibt Schonzeit. Kann man hier eigentlich scheaten? Kann man hier scheaten, Freunde? Ey, das sehe ich jetzt aus. Das ist gar keine Schonzeit. Ich muss was dessen sagen, ob man hier geil scheaten kann. Das wäre jetzt stylisch. Weil der hat ja oben den Warlight, weil der ist ja abgesperrt mit mehreren Sachen. Wenn man unten auf die Stangen fährt... Nee, die sind... Wenn die ein bisschen mehr... Ah, beim letzten Loch vielleicht. Wir müssen für das richtige Loch entscheiden, Freunde, was? Aros, für welches Loch entscheidest du dich? Für das Richtige, weil sonst bist du irgendwann im Arsch. Okay. Das ist jetzt für den anderen dann schlimmer als für dich. Es ist eine, der steht drauf. Nicht wahr, als... Ja, es erfordert schon ein gerütteltes Maß an Dehnungsübungen vorher, damit man da problemlos reinkommt. Man sollte das Leben nicht mit einem Pornofilm vergleichen. Wow. Was ist heute schon wieder los mit uns, Freunde? Das weiß ich nicht. Ey, das waren tiefgründige Weisheiten. Ist so. Bildungsauftrag. Ja, eben. Wie viele Zuschauer haben wir jetzt eigentlich schon reingezogen? Wie viele Zuschauer haben wir jetzt eigentlich schon reingezogen und gedisst? Vorzugsweise alle. Ja. Per Definition. Aros, willst du uns das über Olev erzählen? Nö. Olev ist mager. Okay, das ist ja bekannt. Aber Olev wurde das auch heute von meiner Herzdame gemobbt. Geil. Der hat sich heute Flammkuchen gegönnt. Und nur schau, ne? Jetzt ziehen wir beide rein. Mit einem Schlag, alter. Richtig pro-like. Könnt ihr? Die haut sich Flammkuchen rein. Guckt mich so an. Ey, ich habe Olev auf meinem Flammkuchen. Und ich so, hä, wieso? Ja, da ist Lauch drauf. Oh, wow. Sprech, alter. Uuuuh. Ja. Das finde ich witzig. Ich glaube einfach, wir haben einen super schlechten Einfluss auf sie. Nur du mehr als wir, würde ich immer sagen. Ach, Kammer. Ey, von mir erzähl das nicht. Äh, doch. Du Lauch. Du bist eine sehr böse Ente. Ja, aber davon mal ab kann ich trotzdem nichts dafür. Mhm. Es gehören ja immer zwei dazu, ne? Ja, gut, ne? Ein Lehrer und ein Schüler. Da gehört auch immer jemand zu, der sich auch beeinflussen lässt. Und Sarah lässt sich gleich beeinflussen, Aris. Wow. So, ja. Wen ziehen wir als nächstes mit rein? Ich glaube, mittlerweile sind wir bei zehn Zuschauern, die wir mittlerweile erwähnt haben und gedisst haben hier. Locker. Mhm. Gut, was sagen wir heute gegen Erik? Dazu fällt mir nichts mehr ein, was... Der hat schon die Warnschlaftusse weg. Kammer. Ja, was soll man sagen? Dass es einem nicht leidtut? Erik ist doch Mr. Bannumgeher damals. Oh ja. Hat er Ärger für bekommen. Ja. Oh, 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 oh. Da lang? Da lang? Da lang! Doch, das dauert sich... Und am gelben Endriss? Nee, ich bin immer noch am gelben, ja. Am gelben war der eben auch, Freunde, bevor mein Rechter dachte, nee, ich dachte mal neu. Ja, wie im Live-Steam. Aber in Aufnahme ist die Rüchte nicht so schlimm. Je nachdem, wie weit man schon drin ist. Ich glaube, du bist also 60 Minuten und dann passiert sowas. Ja, aber ist ergerlich. Ja. Weil dadurch, dass er als MP4 aufnimmt... Wie, ich glaube, jeder? Ja, äh... Ja. Es gibt, glaube ich, ganz wenige anderes Format nehmen. Ja, der war schon Besseres. Näää, als ob du jetzt auch hier rutschen lässt. Äh, aber um deine Frage zu beantworten, nee, ich nehme ihn nicht als MP4 auf. Was? Er nimmt gar nicht auf. Korrekt. Achso, und wenn du auch mit dem MP4? Mh, nein. Aber womit man nimmt das Shadowplay auf? Ich hab direkt, wenn es fertig... Äh, warte, bevor ich jetzt was Falsches sage... Wahrscheinlich als Abi oder so im Zeus. Warte, ich gebe mir einen Augenblick. Ich muss gerade mal kurz stehen bleiben. Ich gucke das jetzt nämlich gerade nach, bevor ich da jetzt was Falsches sage. Ich würde sagen, falsche Informationen, die zuschauen nämlich auseinander. Lieber, nein, 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 nein. Das wollen wir ja auch gar nicht. Also nicht absichtlich. Ich würde sagen, wir haben da so ein paar Klugscheißer in der Community, Freunde, die würden ihn sofort auseinander nehmen. Ja, ja. Video. Nennen wir mal den schlimmsten Klugscheißer Witness. Oh, Entschuldigung. Jetzt haben wir den nächsten zu rennen. Ähm, äh, ja. MP4. Siehst du doch MP4. Ja. Was? Nein, wir uns aber nicht viel später treffen können. Nein. Freunde, und eben was ihr nicht seht, das könnt ihr mir dem schicken bei First Try durch. Und jetzt bleibe ich hängen an der Stange. Uah. Das war wieder typisch. Jetzt komme ich zu den engen Schlangen. Die hatte ich übrigens First Try. Oh, das war so schön. Ja. Kannst dir knicken. Ich könnte das Geräusch hören, aber dann wäre nicht Endras weg, Freunde, dann wäre Arac Estee weg. Wow. Nee, ich glaube, wir beide können es auch nicht gegensätzlich bannen. Aber ich könnte Endras sagen, bannen sie mal, damit ich das Geräusch habe. Wow. Oder ein anderes? Das kannst du mir sagen. Ja, die Frage ist, was bringt das? Liebe und Anerkennung. Ein explodierendes Entschluss wie Donald Duck. Okay, sein Kommentar hat mich mehr überzeugt, der von Anime-Fan. Ah ja. Was, du bist total witzig, wenn du aufträgst. Ich wollte sagen, Aris. Nein. Das ist nur Verzweiflung. Ich werde diesen Rückweg hier nicht schaffen. Ja, jetzt nicht mehr. Hoch, second try. Ja, früher konnten wir das mal runter springen und nochmal von vorne fahren. Freunde, jetzt mit den Fake-Punkten, die ihr einsetzt. Es ist kein Vorwurf an den Map-App-Auer. Das ist meine eigene Schuld. Ja, du musst auch im ersten Loch hochkommen. Ja, ja. Aber ich kriege das halt auf dem Rückweg mit dem Tempo nicht so wirklich hin. Wenn du im zweiten Loch hochkommst, ist das für den Arsch. Ah, check. Entschuldigung, Freunde. Davon sind wir dann darüber hinausgegangen. Von der Frage, ob das zweite Loch dann so schlimm ist. Dann dazu bei wem. Und dann waren wir über Mella bei einem Dreier. Ja, wie gesagt, ich bin in einem Dreier mit vier Hügel und keine zwei Schwerter. Du willst ja auch die zwei Schwerter bevorzugen haben, wir haben eben gelernt. Was heißt bevorzugen? Mir ist es uns einfach egal, welche von beiden Varianten. Freunde, zwei Schwerter oder vier Hügel? Was ist euch lieber, wenn ihr dabei seid? Okay, jetzt natürlich wer schreibt. Mella wird natürlich wahrscheinlich nicht zwei Schwerter bevorzugen. Und Aris? Was weiß ich? Ich will mir nicht über solche Sachen Gedanken machen. Würdest du zwei Schwerter oder... Das gehört zu deinem Leben dazu. Ich würde sagen, du musst doch wissen, ob du zwei Schwerter oder zwei oder vier Hügel bevorzugen würdest. Ich selber vier Hügel. Ganz eindeutig. Aber ganz eindeutig. Oh ja, wir haben uns noch darüber unterhalten, wer denn Aris mögliche Partner sind. Ach ja. Wir waren dabei, dass einer seiner Partner dann Leinenpinguin sein wird. Ja, die beiden roten, eingehüllten Brüste. Die hängen ihm auch ewig nach, Freunde. Ja. Ja, kannst du mal sehen. Weil er kein BH trägt. Schwerter. Schwerter. Oh Mann, ey. Ja. Irgendwie so. Antworten auf eigene Gefahr. Vor allen Dingen, ich glaube, man kann hier nichts wegkacken. Auch wenn man mir mal verkackt, Freunde. Hier jagt ein Kallor den anderen. Naja, besser als wenn die Dinger mich jagen. Ich soll nur Mela jagen. Das heißt, ja, ich halte euch beide für einen schlechten Witz. Wow. Wow. Warte, wenn ich gleich zurückkomme in den Trollschweck, Freunde. Ja, bin ich auch schnell am Überlegen. Ich habe nur gerade hier die engen Stangen. Schon wieder engen Stangen? Ja, gibts überfach. Früh, Frielein, früh. Das ist so deprimierend. Wenn du mich gleich wegrollen willst, dann bleibe ich kurz hier. Nee, nee, fahr ruhig mal. Fahr ruhig mal. Ach so, auch nicht. Nee, damit du das dann siehst. Ah, uh. Direkt das erste Laufjahr ausgenommen, Freunde. Ich nutze einfach die Gelegenheit, um mal kurz meine Nikotinsucht zu befriedigen. Nikotinsucht? Kannst du befriedigen dich nicht? Was? Jetzt ist die Intervon enttäuscht. Meine Nikotinsucht. Ey, stopp, Freunde. Das war das erste Schnell, wo ich cutten werde. Das ist nicht dein Scheiß-Ern. Ich konnte nicht widerstehen. Ja, ist mir aufgefallen. Freunde, hätte einer von euch widerstanden in dem Moment? Ich glaube nicht, oder? Alter. Ich vermute mal, es war eine böse Stelle. Ja, nach engen Stangen. Ach so, weil du die so gerne magst. Ja. Und vor allem an diesem engen Wort reiht. An großem, finde ich, gehen die ja noch so. Das war echt nicht schlau von dir, wirklich. Nee, ich weiß nicht, wie du da fährst. Aber ich hätte den Punkt irgendwie überspringen müssen, Freunde. Ich hasse die engen Stangen. Ja, genau. Er will auf Platzredings-Membert bieten. Wir haben ja eh nur noch einen Vorleiter nach. Das sieht irgendwie auch noch harmlos aus. Naja, bist du da bist. Das sehen wir dann. Wo ist eigentlich Endres? Ach, da oben? Wo ist unten? Da kommt nämlich deutlich schöner. Fahr mal ein Stückchen auf Geld hoch, bis in die Stangen. Ach. Ich habe einen tollen Parkplatz gefunden. Alter! Anime! Was denn? Einmal träum ist gut. Ich habe dich das zweite Mal in Ruhe lassen. Ich bin ehrenhaft. Du hast nach oben gezogen. Aber rechtzeitig runtergezogen. Das war eher ein Anime-Fan, Freunde. Genau. Hm, warte mal. Ich erinnere mich an die Aufnahme eben. Da war ein Arsch. Ich beide immer eher nach der letzten Aufnahme. Ah, stimmt. Ihr habt euch nicht getrollt. Ja. Das war das Wichtige. Ich lasse den restlichen Gedankengang jetzt mal fürs Publikum offen. Ich möchte ja dazu anregen, dass ihr eure drei Gehirnzellen auch benutzt. Wow. Aber um euch das Ganze etwas leichter zu machen, liefere ich euch eine kleine Erklärung. Wenn die beiden sich nicht gegenseitig getrollt haben, außer denen aber nur noch ich da bin und ihr genau wisst, dass die beiden nicht aufhören zu trollen, wen haben sie dann getrollt? Äh, Bambi? Jetzt dürfte sogar der letzte von euch drauf gekommen sein. Jeder so, wie er es braucht. Ja, habe ich auch gehört. Hättest du jetzt gesagt, jeder so, wie er es verdient, hätte ich es vielleicht akzeptiert. Für mich macht es einfach keinen Spaß drin, der Stand. Apropos. Was meinst du, warum ich die bei meiner Wettbewerbe rausgenommen habe, die den Stand? Wann wollen wir uns ransetzen und das Regelwerk vernünftig aufstellen und die Tabelle anlegen? Tabelle müssen wir angelegt. Ein Regelwerk habe ich schon ungefähr aufgestellt. Endes fand es gut. Die muss ich auch noch zuschicken. Jo. So ein bisschen Punktebewertung. Ich habe mich an die Strawballs etc. schon gesetzt. Das ist entsprechend vorbereitet. Da würde ich dich aber dann mal bitten, dass du noch mal drüber guckst. Das habe ich nämlich einmal separat gemacht für den Stream und einmal separat für die Jury. Und den Link für die Jury, den poste ich dann auch nur im Teamspeak. Als ob du da den Anderes warst. Ja. Er macht gerne den Anderes. Eben stand ich oben auf dem Weißen. Und für Freunde, für all diese Füßen, warte, der kommt nicht so vom Mond raus. Jetzt in sechs, nee, fünf Tagen, Samstag, streame ich. Da habe ich noch Freitag und Sonntag dafür. Und dann gibt es den Map-Erbau-Wettbewerb. Ich habe die beste Map-Erbauer rausgefordert. Und sie wollen alle Teilchen nehmen. Nur einer hat abgesagt. Feigling. Voltix. Ja, alle anderen waren so sofort Feuer und Flamme. Deswegen wahrscheinlich auch 16 Uhr, weil wir haben Indie-Maps vor uns, Freunde. Und das wird wohlreit Spaß ohne Ende. Wie viele haben wir aktuell? Ich meine 13 oder 14. Das ist auf jeden Fall... Wenn wir für jede eine halbe Stunde einrechnen, Freunde, könnt ihr auswählen, wie lange es mir mindestens gehen wird. Ja. Würde ein bisschen Arbeit. Ja. Ja. Vor allem, ich werde den Chat nicht aufhaben in dem Stream. Nee, schon. Ja. Nur ich möchte halt für meine Bewertung haben. Ich möchte nicht wissen, von wem die Map ist, Aris. Deswegen wird Aris, äh, Indus, wir viele Fragen stellen müssen, wenn du das isst. Ja. Das ist in Ordnung. Dafür bin ich da. Wenn jemand da was sagt, dann müssen die Nachrichten rausgelöscht werden. Ja, aber ich habe immer noch Angst, dass ich das was sehe. Deswegen, äh... Wir sollen ja nicht wissen, von wem das ist. Ich weiß, sowas wird auch prompt gelöscht. Ja. Ja, ich möchte die raus für die Zuschauer, falls die das damit nicht sehen. Aber für mich, die möchte ich gar nicht sehen. Deswegen fahre ich auch absolut nicht mit, weil da will ich mein Augenmerk komplett auf dem Chat haben. Weiß nicht. Wir haben unterschiedliche Sachen. Von geil. Er findet auch zwei Schwerter geil, der Aris, Freunde. Nee, das ist anders. Den juckt das nicht so. Nützt es dir, wenn ich dir mal vorweg fahre? Anderes? Anderes sei nichts, als GTA-Modus und dir in deinen dicken Hinsern zu treten. Ja, davon mal ab. Aber würde das helfen, dass du dann so ein bisschen guckst? Würde er sich besser fühlen. Ah, schade. Kurze Frage. Ja. In welches Loch versuchst du reinzukommen? Ins erste. Ins erste. Ja, okay. Das würde ich auch machen. Frau denkt wieder versaut. Fängt da zu lachen. Aha. Ja. Ja, ist ja schön. Zweitens schmutzig, was? Ich war bei der Spiral oben. Siehst du, so kann man damit arbeiten. Ich versuche gerade mal eine Position zu finden. Ah, von hier sieht man was. Ja. Ja. Ob ich dir aber ein bisschen Hilfestellung geben kann. Okay. Dem Argument, ja, sehe ich. Ich frage, hat er jetzt die Profitrainingsreihe erst nach dieser Map gemacht? Nein, das hat die vorher schon gemacht. Nach der 5 hat er eine rausgebracht. Der hat parallel die 6 und Profi 1 rausgebracht. Ja gut, wenn du das in deine Bewertung einfließen lassen möchtest. Du hast das Recht auf deine eigenen Punkte. Normal als Freelancers haben ja Spaß. Die haben immer, aber die hier ist bei mir kein Fall, bis das rüber gesprungen. Aber ich fand sie super. Ich bin auch beim Privatnachfahren auch erst wieder bei der 5, deswegen... Hm. Auf, Freeline. Ich habe es ja jetzt geschafft. Ich werde es wahrscheinlich nur einmal an diesem Punkt machen. Die Map gefällt mir nicht. Aber jetzt hast du immer persönliche Meinung. Ich wollte es gerade sagen, ja. Ja, eben. Du hast ja ein Recht auf deine persönliche Meinung. Weil deine ersten 6 haben ja richtig alle gefallen, aber die hier... Du sagst, du hast es, oder wie? Ne, einmal. Ach so. Ich habe über 15 Minuten gerade an dem Punkt hier rumgegangen, um den einmal zu schaffen. Okay. Weil ich mag es einfach nicht, rückwärts zur Stange zu fahren und dann noch Höhenwechsel drin zu haben. Dann noch diese zweimal dünnen Stangen. Wobei auf groß sind, kann ich die mittlerweile einigermaßen, aber auf der Engwall-Ride oder hier dieser Höhenwechsel-Freunde... Nicht meine Geschmacksrichtungen, Freeline. Da müssen wir nochmal ein bisschen arbeiten. Ich glaube, 1 bis 6 habe ich hier über 10 Punkte gegeben. Das kann durchaus sein, ja. Und deswegen, Freeline, hier kriegst du nur 8 Punkte von mir, weil die... Weil einfach mir kein Vorjogend-Schwung ist. Baulich wieder alles super, wie wenn man es von dir gewohnt ist. Aber das ist hier pur. Ja, deswegen 8 Punkte kriegst du Freeline von mir. Aus genannten Gründen. Ich werde total bei 10 Punkten. Ich bin komplett zufrieden mit der Map. Es ist nach wie vor eine Trainings-Swap. Baulich ist alles tutti. Und... Anemail? Nö. Reinfahren, ne? Mhm. Nee, absolut in Ordnung. Hat er vorher schon angekündigt. Nein, nein. Aber ich werde total bei 10 Punkten, weil es ist vorgeschrieben mit Technik. Er hat Training für Anklang geschrieben und das ist meiner Meinung nach nicht mehr gegeben. Wenn du die ganze Reihe durchziehst, er muss auch mal andere Elemente zu nehmen. Wenn er immer die gleichen nimmt, dann ist das sozusagen auch wieder Copy-Paste. So sehe ich es. Ja, also ich wäre bei 10 Punkten. Also, wenn ich 9 geben würde, wäre das aus persönlichen Mimimi-Gründen und nicht aus fachlichen Gründen. Fachlich habe ich in dieser Map nichts auszusetzen. Fachlich ist die mir auch 10 Punkte wert. Es ist das persönliche Mimimi, dass ich immer versuche rauszuhalten. Deswegen, ja doch, komm, fairerweise bleibe ich auch bei den 10 Punkten. Gut. Hab das erwähnt. Damit reicht das. Ladies and gentlemen, damit sind offiziell die Punkte vergeben. Wenn es euch gefallen hat, wenn wir uns natürlich über eine positive Bewertung vorhin checkt, unbedingt die Kanäle vom lieben Anime-Faner. Oder von der Ente. Und in der Videobeschreibung ist der gute Mann verlinkt. Genauso wie die Zuckermap zum selber zocken. 1-6 auf jeden Fall, Freunde. Ja, auch wir. Und. Spielt die Reihe, bildet euch selbst ein Urteil. Genau. Das ist das Einfachste. Und dann haut mal eure Punkte in die Kommentare. Würde uns durchaus interessieren. Wir lesen ja unsere Kommentare. Was? Und beantworten die auch, ne? Also, seid mal ruhig fleißig. Hilft auch unserem YouTube-Algorithmus ein bisschen auf die Sprünge. Damit wir auch mal ein bisschen weiter nach vorne kommen, ne? Das ist so. Ja, der lebt leider von den Kommentaren. So sieht's aus, ne? Däumchen während Räumchen, ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Und dann schön bitte noch einen wunderschönen Tag. Haut da rein und ciao, ciao. Ciao. Tschüss.